Ich bin sicherlich enttäuscht, wie das Ganze jetzt gelaufen ist und ich glaube, das gilt auch für viele Fans. Aber bevor ich das Video anfange, möchte ich einfach mal sagen, erstmal an den Kommentator und allgemein an die Leute, es geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, wie Deutschland fertig gemacht wird. Ja, wir haben es gegen Japan versaut. Ist so, gut. Aber guckt doch mal, Belgien, einer der Favoriten, raus. Dänemark, einer der Geheimfavoriten, raus. Italien, nicht mal qualifiziert, gut, ist ein anderes Thema. Aber worauf ich hinaus will, warum muss man jetzt auf der deutschen Nationalmannschaft so rumhacken? Ich kann es nicht verstehen. Wir haben Fehler gemacht, ja. Aber gerade beim Spanien-Spiel habe ich so viel Potenzial gesehen bei uns. Und ich bin mir sicher, wenn diese Mannschaft noch ein paar Jahre zusammenspielt, dann wird das auch wieder klappen und dass wir auch weit kommen können bei Turnieren. Und was ich nochmal sagen möchte, diese Aussage von Schweinsteiger, die Mannschaft brennt nicht. Das ist totaler Bullshit, totaler Schwachsinn. Wenn wir nicht brennen würden und nicht das machen würden, so wie es die Spanier getan haben, die haben nämlich sich gedacht, ja, liegen wir halt 2-1 hinten, aber reicht uns ja trotzdem. Nein, worauf ich einfach hinaus will, wir lagen 1-0 vorne, dann liegen wir auf einmal 2-1 hinten. Wir wissen ganz genau, dass Japan führt und dass es immer schwieriger wird. Und die Minuten verrinnen und verrinnen. Und trotzdem kämpfen wir uns wieder zurück und gewinnen auch 4-2. Also wenn das kein Brennen ist in der Mannschaft, dann weiß ich es auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn da kein Brennen ist, also dann hätten wir auch einfach sagen können, ja, wir lassen Costa Rica gewinnen. Ne, wir haben aber durchgezogen und haben uns mit Ehre, immerhin ehrenvoll verabschiedet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Turnieren, vor allem in zwei Jahren, bei unserer Heim-EM sehr gut dastehen werden. Das 1-0 für uns war super rausgespielt. Gerade von der Seite Raum hat ein super Spiel heute gemacht. Gnabry köpft das 0-1 und kurze Zeit später war Spanien ja auch 0-1 in Führung. Und was mich halt daran so aufregt, Spanien hat das Spiel dominiert. Japan hat die erste Halbzeit nichts auf die Reihe gekriegt. Und auf einmal schießen die innerhalb von zwei Minuten zwei Tore. Das kannst du doch keinem erzählen. Nein, also sicherlich kann das Zufall sein, aber das sind in meinen Augen ganz schön viele Zufälle. Und auf einmal sagen sich die Spanier, ja, ist ja egal, spielen wir gegen Marokko, passt doch. Wo ich mich frage, sag mal, was ist das eigentlich für ein Mist? Also, ja, kann ich nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Die beiden Gegentore, die wir kassiert haben, waren einfach nur dumm. Gerade das 1-1 war richtig schlecht verteidigt. Das 2-1 für Costa Rica war noch schlechter eigentlich verteidigt, war sowas von unnötig, dass wir uns aber wieder zurückgekämpft haben. Und Havertz, der auch ein super Spiel gemacht hat und Musiala. Musiala muss ich ganz klar hervorheben. Da muss ich einfach sagen, der Junge, der hat eine riesige Zukunft vor sich und der wird das auch machen. Der wird irgendwann noch einen großen Titel auch mit der Nationalmannschaft gewinnen. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Das Havertz dann und Co. Füllkrug, der ja auch wieder getroffen hat, drittes Tor im vierten Länderspiel und zweites WM-Tor nach einer Einwechslung. Zeigt ja eigentlich, wie gut der Junge ist und wir haben viel Potenzial. Wir sind jetzt raus. Ich finde trotzdem, wir müssen uns nicht schämen. Aber schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video und ciao. Wir hören uns im nächsten Video.